Oh nein, stimmt! Ja, wenn Anja die Tür öffnet, macht es kaputt! Anja könnte durch das kleine Fenster da passen. Hilfe, Hundi! Schopf mich! Die Bombe! Wenn Anja die entschärft, kann sie Papas Leben retten. Wie entschärft man denn so eine Bombe? Im Fernsehen gab es einen roten und einen blauen Draht und sie haben einen davon durchgeschnitten. Blauer Draht? Roter Draht? Kankank! Die sind ja alle schwarz! Kankankank! Kankankank! Untertitelung des ZDF, 2020